Die TV News im Gala Ticker. Die neue Staffel von Notruf Hafenkante mit Raul Richter startet plus 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 werden die Wollnys ersetzt. Plus 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 Kampf der Reality Stars. Willi Herrens emotionale Videobotschaft für Tochter Alessia. TV News des Tages im Gala Ticker. 8. September 2021. Raul Richter. Er spielt den neuen TV-Polizisten für Notruf Hafenkante. Der ehemalige GZSZ-Star Raul Richter, 34, fährt jetzt mit Blaulicht über den Hamburger Kiez. Am 9. September 2021 startet die 16. Staffel der ZDF-Serie Notruf Hafenkante. In der der Schauspieler die Rolle des Polizeiobermeisters Nick Brandt ergatterte. Gemeinsam mit seiner TV-Kollegin Reha Harder, 45, Franzi Jung, bildet er das neue Ermittlerteam der Sendung. Und nicht nur im Streifenwagen, auch privat verstehen sich die beiden gut. Im Gespräch mit Bild plaudern sie über ihre Zusammenarbeit und ihre Freundschaft hinter der Kamera. Doch bei den Rotlicht-Kollegen hat es auch schon geknallt, denn die Rolle ihres neuen Partners habe mehr Pepp. So Reha, Raul und ich rasseln auch schon mal zusammen. Zwar konnte sich der einstige GZSZ-Frauenschwarm wegen Corona nicht so auf die Rolle vorbereiten, wie er es sich wünschte, aber Reha half ihm sehr dabei, in Hamburg Fuß zu fassen. Im Gegenzug spielt er gerne mit Rehas Kindern, wenn diese am Set sind. Das TV-Ermittler-Duo steht sich sehr nahe. Doch auch wenn beide Single wären, könnte eine Beziehung mit Reha nicht funktionieren. Der Schauspieler ist sich sicher. Wir hätten eine gute Zeit gehabt. Ich hätte sie zum Bier einladen. Sie trinkt gerne warmes Bier mit Strohhalm. Das sollte ich eigentlich nicht verraten. Am Ende wäre es gescheitert. Sie hasst Klimaanlagen. Ich liebe sie. Ob Raul eine gute Figur in der Polizeiuniform macht, dürfen die Zuschauer. Ihnen dann am Donnerstagabend, den 9. September 2021 im ZDF beurteilen. TV aus für die Wollnys? Was das jetzt mit den Wollnys im Fernehen? Der Sender RTL ZWEI kastet aktuell Familien mit mindestens fünf Kindern. Soll die berühmte TV-Familie etwa durch eine andere ersetzt werden? Seit zehn Jahren erfreuen sich die Zuschauer, innen an dem Alltag von Sylvia, Sarafina, Loredana und Co. Der Casting-Aufruf dürfte Fans jetzt allerdings beunruhigen. Bedeutet die Familiensuche etwa das Aus für die Wollnys? Ein Statement von RTL ZWEI gibt es bislang nicht. Allerdings hat die Kultfamilie bereits ihren festen Sendeplatz am Mittwoch verloren. Bleibt zu hoffen, dass der Sender die Wollnys jetzt nicht ganz aus dem Programm kickt.